Hallo, ich bin Anna-Marie und ich studiere Politik, Geschichte und Informatik auf Lehramt. In diesem kleinen Video möchte ich dir das Orientierungsmodul erklären. Das Orientierungsmodul ist das Praxismodul im Bachelor of Education. Es besteht aus dem dreiwöchigen Orientierungspraktikum, aus einer Vorbereitung und einer Nachbereitung, sowie aus dem Orientierungsworkshop. Bevor du in das Orientierungsmodul gehst, solltest du die beiden bildungswissenschaftlichen Vorlesungen Lehren und Lernen erfolgreich absolviert haben, denn diese Inhalte wirst du im Orientierungspraktikum in der Praxis anwenden. Für das Orientierungspraktikum bewirbst du dich beim Anmeldeportal des Kultusministeriums entweder für ein allgemeinbildendes oder für ein berufliches Gymnasium. Beachte dabei, dass du dich frühestens sechs Monate vor Praktikumsbeginn bewerben kannst. Wenn du eine Zusage von der Schule erhalten hast, meldest du dich über Zeus für die Vorbereitung an. Diese findet jeweils zum Ende der Vorlesungszeit statt. Die genauen Anmeldedaten entnimmst du am besten Zeus. Wenn du das Orientierungspraktikum erfolgreich absolviert hast, gehst du direkt im Anschluss in die Nachbereitung. Das Orientierungsmodul schließt mit dem Orientierungsworkshop. Dieser findet in jedem Semester jeweils an einem Freitagnachmittag statt. Auch hier meldest du dich wieder über Zeus an. Wichtig, wenn du den Orientierungsworkshop besuchen möchtest, bist du idealerweise schon im vierten oder fünften Fachsemester. Detailliertere Informationen sowohl zu den Inhalten als auch zum Ablauf des Orientierungsmoduls findest du über die Homepage der Biese. Untertitelung des ZDF für funk, 2017